moin moin und herzlich willkommen zurück zu enderal ja wir wollten jetzt eigentlich mit jasper reden gehen wir mal raus muss jetzt früh am morgen sein so er müsste im marktviertel sein das war da hinten gehen wir zu jasper mal gucken was er für eine aufgabe für uns hat er wollte ja mit uns glaube ich nach oben ich liebe die musik muss ich ehrlich sagen das ist echt schön war das hier zu ihm da sind da sitzt wer hat das jetzt mit männern gesagt zählt wer gekommen ist konntest du dich zurechtfinden diese stadt kann ein labyrinth sein wenn man sie nicht kennt ihr seid abenteurer oder wart ihr schon mal auf melee diese erstarrten wohnen dort das hat mir mein papa erzählt seht seht wer gekommen ist konntest du dich zurechtfinden diese stadt kann ein labyrinth sein wenn man sie nicht kennt ja ich habe ich bin großer stadt gewöhnt insofern können wir das gepäckte nicht dafür hast gar nichts davon ich wollte es ihm hier wirklich mal ansehen ach ja du kommst aus ostjahn hätte ich fast vergessen sie haben etwas faszinierendes diese orte nicht wahr hier kann man hoch hinaus aber genauso tief stürzen und überall pulsiert das leben ok ja das stimmt natürlich stimmt es hier zieh das an und folgt mir und ja es ist notwendig vertraue mir einfach ok grünes kleidchen ok ich muss jetzt ein grünes kleid anziehen hat er mich einfach umgezogen adelsviertel ja er hat mich einfach umgezogen ok jasper 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 ok jasper jasper mal fast zum gruß jo mal fast zum gruß also wegen dem fieber normalerweise ist es so dass sich magiebegabte beim orden melden und dann ein training überstehen müssen das sie lehrt mit der magie umzugehen der gang zum wasser so nennen sie es mit ihnen mindert sich das fieber dann auf ein erträgliches maß und der magier wird in eine art register eingetragen es gibt angeblich auch andere möglichkeiten aber das kann dir mein auftraggeber besser erklären als ich ok aber wie sieht eigentlich das kleidchen aus ist sogar richtig schick finde ich so gleich sind wir da ok gehen wir rein mal gucken was auf uns zukommt ok gehen wir rein mal gucken was auf uns zukommt wir dürfen jetzt endlich in den tempel da oder wie wo wir vorher nicht rein durften so rennt er so so rennt er so wie heißt er aspirant also erst mal ich bin ich bin ich bin und arbeite für die neremesischen Magier. Ach, richtig. Der Söldner. Und wer ist eure Begleitung? Marigia de Luna aus Ostia, erhabene Inhaberin von de Lunas Imperium der zarten Düfte, der angesehensten Parfümerie Vins. Erzmagister Merayil beauftragte mich, sie hierher zu eskortieren. Hat er euch nicht informiert? Der Erzmagister? Aber... Hm. Gut, das sieht ihm ähnlich. Ihr dürft passieren, aber zeugt diesem Ort den Respekt, der ihm gebührt. Auch ihr, Madame de Luna. Darauf habt ihr mein Wort, schöne Frau. Habt Dank. Wie heißen wir? Kann ich da nochmal irgendwo gucken? Hier kann ich da gucken, ne? Wir heißen Lucy. Hat er die einfach angelogen? So, Gärtner. Sonnentempel. Jetzt dürfen wir hier rein. Dies ist heiliger Boden, Frank Blender. Wir gehören nicht hierher. Ich weiß aber, ich werde hier... Das liegt ja besser als erwartet. Äh... Marigia de Lunas Imperium der zarten Düfte. Hey, es hat funktioniert. Keiner wird jemanden verdächtigen, der bereits im Tempel ist. Mein Auftraggeber ist im Chronikum. Halt dich von den anderen Gebäuden einfach erstmal fern. Den Rest improvisieren wir dann. So, jetzt vielleicht ein paar Worte darüber, wohin ich dich eigentlich bringe. Mein Auftraggeber heißt Konstantin Funkenschlag. Und ist einer von Ratzul Aranteals ehemaligen Magiern, die der Großmeister hier aus Nerem mitgeschleppt hat. Einer der ehemaligen Erzfeinde des Ordens, also. Du wirst sehen, er ist ein richtig sympathischer, sanftmütiger Kerl. Weshalb er sich hier auch so gut einfügt. Plus, er versteht eine Menge von Magie. Auch die Sorte, die für die Heiligen Hüter hier nicht brav genug ist. Deswegen hoffe ich auch, dass er weiß, was es mit deinem Fieber auf sich hat. Also, komm mit. Mhm. Man sieht sich. Äh. Ich weiß gerade echt nicht, wohin. So, da wären wir. Hm. Warte. Ihr macht das vollkommen falsch. Ich bin doch nur vorsichtig. Gar nichts müssen wir. Hör damit. Äh. Autsch. Himmel, Arsch und Zwirn. Mist, verdammt. Ich, äh. Ich kann das einfach nicht glauben. Ach, das kommt davon, wenn man Stümper ans Werk lässt. Ahem. Misser Funkenschlag? Äh. Wer seid ihr denn jetzt schon wieder? Ähm. Ihr hattet mich beauftragt? Der Magister, wisst ihr nicht mehr? Äh. Ja, stimmt. Ja, äh. Josef, der Straub. Und was ist? Hattet ihr Erfolg? Jesper ist mein Name. Und ja, hatten wir. Ich... Schlage vor, ihr erklärt mir erst einmal, wann ich euch gestattet habe, eure Bettbekanntschaften hier hochzuschleppen. Soll ich euch noch einmal die Bedeutung der Worte streng und vertraulich erklären? Ihr könnt mir sicherlich eine ganze Menge erklären, aber vertagen wir das lieber auf später. Das schöne Fräulein hier braucht nämlich dringend Hilfe. Arkanistenfieber. Arkanistenfieber? Was geht mich das bitteschön an? Sollen sich die Hüter mit ihren heiligen Ritualen doch darum kümmern? Und überhaupt, warum das alberne Kostüm? Diese Frau hier ist besonders. Die Magie in ihr ist ungewöhnlich stark. Und außerdem ist sie Fremdländerin. Sie kommt aus Nereen, genau wie ihr. Ah. Hm. Na schön. Der Heimatgefühle wegen. Ich hoffe, ihr vergeudet nicht meine Zeit. Mit diesen Götterlämmchen zusammenzuarbeiten bringt einen vernünftig denkenden Menschen wirklich um den letzten Nerv. Der Stuhl da hinten setzt euch in. Ich sehe mir das mal an. Äh, welchen Stuhl? Den hier? Und... ...wat für Bettgeschichten, hallo? Oh. Das wird jetzt ein wenig kitzeln. Hm. Tatsache. Das fühlt sich wirklich seltsam an. Vielschichtig. Und verdammt mächtig. Und ihr wollt mir wirklich erzählen, dass ihr eure Begabung erst kürzlich entdeckt habt? Bei eurer Aura ist es ein Wunder, dass ihr euch noch nicht längst in den blauen Tod verwandelt habt. Erzählt mir, was passiert ist. Und zwar alles. Ähm. Verstehe. Also, das mit diesen Visionen halte ich für Unfug. Und da hat euch euer Verstand einfach einen Streich gespielt. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, was ihr auf dem Schiff alles erlebt habt. Ihr hattet wirklich Glück, dass euch der Magieausbruch nicht gleich die Rübe vom Rumpf gepustet hat. Ähm. Wie genau funktioniert Magie denn nun eigentlich? Was hat es mit diesen Eventualitäten auf sich? Bei allem, was recht ist. Ich werde jetzt nicht den Tutor für euch spielen. Wenn ihr etwas über Magie lernen wollt, dann lest etwas von Balidor Goldenstein. Der Blick auf das Meer der Eventualitäten. Neben der Realität, die wir gerade erleben, existieren unendlich viele andere, in denen jeder erdenkliche Zustand vorhanden ist. Okay, Multiversum wiederholen. Mit den exakt selben Leuten. Bloß, dass mich der Funkenschlagsbad brennt, beispielsweise. Was einen Arkanisten ausmacht, ist, dass er diese Realitätszustände, diese Eventualitäten, zeitgleich zu den unseren sieht. Und sie teilweise wahr werden lassen kann. Sieh mal einer an, Yusuf. Ihr überrascht mich. Dafür werde ich bezahlt. Wie mächtig ein Arkanist ist, hängt von drei Dingen ab. Welche Eventualitäten er sehen kann. Wie gut er sie Wahrheit werden lassen kann. Und wie gut er zwischen unserer Realität und den Eventualitäten unterscheiden kann. Aber wie bereits erwähnt, lest euch ein. Ich habe keine Lust, meine Zeit mit Unterricht zu vergeuden. Okay, und diese Kuppel auf dem Meer, jedes Mal, wenn ich einen dieser Steine berühre, habe ich das Gefühl, mich an etwas zu erinnern. Das ist vermutlich ein Zeichen, dass ihr weniger Friedenskraut rauchen solltet. Talent und Können, ob nun magisch oder körperlich, entwickelt man nicht durch irgendwelche Erinnerungen, sondern durch harte Arbeit. Auch wenn uns dieses hirnverbrannte endraleische Gerede von dem Pfad und einer Vorherbestimmung was anderes vormachen will. Aber diese Vision, ich habe sie mir nicht eingebaut. Ach, wie ihr meint. Ich auf jeden Fall bin in jetzt fast 50 Jahren intensivstem Studium der Magie noch keinem solchen Phänomen begegnet. Und jetzt? Alles beginnt mit den Träumen. Was zum Himmelarsch und Wolkenbruch? Sieht dieser Raum für euch aus wie das Gesäß einer Hure? Oder warum meint ich, er munter rumgrabsen zu können? Diese Dokumente sind vertraulich. Ich wusste, dass es ein Fehler war, in den großen Dieb wie euch anzuheuern. Das Schiri hatte schon immer... Wenn ich mich recht erinnere, waren es doch Träume, die eure Leute und Thealo Aranteal hierher geführt haben. Oder, Messer? Und du? Du hast mir doch damals erzählt, dass die verschleierte Frau in der Vision diesen Satz gesagt hat. Alles beginnt mit den Träumen. Was? Ist das wahr? Das stimmt tatsächlich. Aha. Dann, äh... Diese Nahtoderfahrung vor eurem Erwachen. Was sagtet ihr doch gleich? Was habt ihr gesehen? Ein gleißendes, grelles Licht, verbrannte Körper und lauter Stimmen. Hm. Gut. Ich, äh... Das ist zeltsam. Aber wie dem auch sei. Jetzt zählt ohnehin erst einmal, dass wir eure Magie unter Kontrolle bekommen. Was auch immer ihr da hell gesehen habt, nützt uns nichts. Wenn ihr in ein paar Monden die Radieschen von unten betrachtet. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich liebe die hier Fluche von denen hier, ey, ich liebe das Spiel jetzt schon. Tja, normalerweise ist das ein langwieriger Prozess. Ihr habt dieses Fieber, weil euer Geist von den vielen Möglichkeiten, die ihr nun plötzlich wahrnimmt, überfordert ist. Dieses Ritual, das die Endraleer benutzen, um den Blick unter Kontrolle zu bekommen, nennt sich der Gang zum Wasser. Im Grunde genommen bedeutet das für ein Jahr tägliche, stundenlange Meditationen, Pfades Essen und Abstinenz von allem, was Freude bereitet. Ja, super. So schnell wie möglich aufsuchen. Eine Abkürzung hat es nicht einen Grund, dass dieser Gang zum Wasser so nahe? Ja, und der Grund heißt Rückwärtsgewandtheit. Nicht mal die Skientia Sinistra dürfen die Akanisken hier lesen. Aber bitte, wenn ihr Lust auf ein Jahreskäse und einen Eintrag im Register, mit dem man übrigens jederzeit euren Aufenthaltsort auf ganz Wind einsehen kann, habt, dann tut es. Mir ist das egal. In Ordnung. In einer Ruine namens Altraschengrad, umweit von Ark, sagt ihr, dass ich euch geschickt habe und gebt mir mal eure Karte. So, jetzt müsst ihr schon Ark blöd sein, um die zu verfehlen. Am besten ihr geht umgehend los. Und ihr, Josef, ihr kommt mit mir und zeigt mir, was euer Ausflug an die Sonnenküste ergeben hat. Hoffentlich mehr als ein paar Flaschen Honigwein. Was für ein Kauz, nicht wahr? Aber irgendwie mag ich ihn. Ich mag ihn auch. Das bin ich dir für deine Hilfe noch schuldig. Und falls du mal Lust auf Gesellschaft hast, komm einfach im Tanzen der Nomaden im fremden Viertel vorbei. Da werde ich mich bis auf weiteres einquartieren. Also, viel Erfolg beim Meistern der Magie, mein schönes Fräulein. Wir sehen uns. Während der Haupthandlung Enderats habt ihr die Möglichkeit, eure Beziehung zu verschiedenen Charakteren zu vertiefen. Lagt dazu den jeweiligen Quest. Und ob acht, die Missionen sind nicht ewig, werfüberschreitet die Haupthandlung zu weit voran, bleibt der Handlungsstrang mancher Charaktere verborgen. Okay. Was haben wir da? Leeres Pergament können wir lesen. Akana-Verzauberer. Um einen Gegenstand zu verzaubern, müsst ihr den magischen Effekt kennen und einen gefüllten Seelstein besitzen. Dessen Seele groß genug ist magischen Effekte lernt ihr kennen, indem ihr Gegenstand zerstört, die den Effekt benutzen. Darf ich mich hier jetzt einfach umsehen? Was ist eigentlich hier passiert, dass hier das in die Luft gegangen ist? Alchemie-Labor. Wieder mal. Ambrosia da. Alchemie verlassen. Wir können keine Ambrosia machen, was ich schade finde. Was hast du da vor? Ich sehe dich. Wolltest du mich ausrauben? Wollte er mich ausrauben? Was ist denn das für eine grüne Grütze? Hier drin ist aber jetzt keine Musik. Ich dachte, du wärst in der Stadt. Nein, der Erzmagister hat mich zurückbeordert. Tut gut, wieder hier zu sein, wenn ich ehrlich sein soll. Die Begräbnisse, darauf hätte ich verzichten können. Das glaube ich dir. Ich kann das immer noch nicht glauben. Bruder Jero, er, er war doch so ein guter Mensch. Gehe ich auch weiter nach oben? Vermutlich, ja. Ich frage mich, wie die Krankheit abläuft. Was meinst du? Na ja, der rote Schimmer in den Augen, das scheint ja erst im Endstadium zu passieren. Hier sind Zweiglinge. Und wie? Warum sind da Zweiglinge? Der Pfad hoch zwölf die Sternensommer. Hast du Angst, dass es dich auch erwischt hat? Das ist nicht lustig. Weißt du, ich hatte schon seit Längerem das Gefühl, dass mit Jero etwas nicht stimmt. Ach, sag bloß. Seine Frau ist ermordet worden. Meinst du, das hätte dich nicht auch aus dem Gleichgewicht geworfen, Wegestreue hin oder her? Das meine ich nicht. Ihr Tod hat ihn gebrochen, ja. Aber da war kein... Ich weiß nicht. Kein Hass, nur Trauer. Das kam erst vor kurzem, bevor er das getan hat. Worauf willst du hinaus? Ich weiß es nicht. Nur, dass wir uns in Acht nehmen sollten. Vielleicht war es ja Jero's Zustand, der dem roten Wahnsinn erlaubt hat, ihn zu infizieren. Aber, na ja. Sollen das Flammentrunk und die Apothekarii herausfinden. Okay, die hatten jetzt über Jero gesprochen. Wo wir auch schon mal hinterher waren. Geht's hier noch weiter runter irgendwie? Ne. Das ist alles. Okay, dann gehen wir raus. Boah, ich finde das hier aber richtig spannend, hier alles zu erkunden. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Ja. Minam, warum das? Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, es geht um den Folianten, den du transkribieren solltest. Transkribieren? Na, dann ist ja gut. Hast du eigentlich schon diese neue neremesische Magierin gesehen? Pegast, oder wie sie heißt. Ich hab von ihr gehört, ja. Das ist doch die Skarkfrau, oder? Ja, sieht so aus. Aber sie kommt aus Ostian, so wie dieser Funkenschlag und der Kohlemann. Ganz ehrlich. Reden die über mich? Ich weiß ja nicht, was ich von dem Ganzen halten soll. Wildmagier hier im Sonnentempel? Elphas segne Großmeister Aranteal, aber... Wohin soll das nur führen? Ich weiß, was du meinst. Aber der Großmeister wird schon wissen, was er tut. Jetzt je, bevor der Magister dich holen kommt. Ja, natürlich. Schreite wohl, Schwester. Immer so förmlich. Haben die über uns geredet? Hier ist das Sanktum. Ich weiß nicht, darf ich da hoch? Ordenshüter? Emporium. Schmiede-Lehrling? Was haben wir hier? Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Liam, okay. Ich weiß nicht, ob mich alle hier anquatschen will oder darf. Darf ich hier hin? Ich weiß nicht, ob der Mann anquatsch ist. Auch ich weiß nicht, ob der Mann anquatsch ist. Zum Anschein, wenn man einen WEG betrifft. Ja. Ah, das ist der Platz. da ist ein schiff wie weit kann ich denn hier sehen da schon die nächste stadt welches ist denn das ich gucke nach süden ne nach Norden gucke ich mein Pfeil sieht nur so aus als würde ich nach Süden gucken ok wir gehen aber dann trautes halbenglück allein das kriegen wir wohl wahrscheinlich nicht hin ok anistenfieber ein weg finden das akkisten finde ich lieber zu binden der schlechter von alle bande des schlechters von ablesen eins von keine ahnung auf meinen reisen fand ich ein band das sogenannte schlechtes von ab dabei handelt es sich um die Autobiografie des Serienmörders Gell Gerbersohn sollte meine Augen nach den restlichen Bänden offen halten die Stimme aus dem Wasser den Bürgermeister kundigen was mit seiner Gefährten Mathilda nicht stimmt herausfinden was der Schlüssel aus ihrer Schatulle öffnet besucht im Flussheim Kürmei am Wachthof vor arg fünf Hammervogel Eier aus umgebendes Tons bringt da sind zwei Sternchen Gnalldorf muss sterben ein Sternchen ein Sternchen der einzige Ort hier ist kein Sternchen das äh war ein Sortiment von Gold vor Silber her nach Gegenständen durchsuchen die mehr über Eisenflut gehören könnten wie viel Quest habe ich jetzt angenommen äh die Schrauberhut und Fusch AG aufsuchen und nach Arbeit gab mhm die Kunst des Kampfes äh ein besonderes Abenteuer das Lager auf der Insel im Arkersee aufsuchen äh herausfinden warum die Galerien arg bald schließen muss oh das will ich wissen ich will noch ein bisschen in arg bleiben so äh äh das Malismus oder das Konstruieren und Beschwerden ok äh äh sorry ich musste nießen ah ok ich muss auch um jup ok dankeschön wo sorry dafür dass ich nießen musste aber wir können dann noch solange wir in arg sind können wir noch ein bisschen in dem blünen Kleidchen rumlaufen es sieht ja aber auch schick aus muss ich sagen wer seid ihr ihr gehört hier nicht her ne ich möchte auch nicht äh wirklich dazu gehören oder ich weiß es nicht will ich ja alles kennenlernen und ich hoffe ich hier muss ich mich nicht für eine gewisse seite entscheiden oder so Mal fast zum Gruß Mal fast zum Gruß es gibt es gibt noch ein hund es gibt noch ein Hund Warum ist er gewögt? Dasselbe Spiel. Von Tag zu Tag. Welch Kunst! Warum war er so verkroppen? Das ist Hymne des Wüstenkönigs. Eine neue Interpretation des Werkes von... So, ich spreche immer noch. Einen Groschen mit einem... Bitte nur einen. Nee, ich habe momentan nicht mehr so viel. Ich bin selber knapp bei Kasse. So teuer, wie hier alles ist. So. Wo muss ich nicht lang dafür? Fische, Fische, frische Fische. Süßchen, okay. Hier muss ich gucken. Aber hey, hier fährt man sich aber auch recht schnell. Ah, die ist die Festgeber dann dafür. Madam? Schreitet wohl. Kann ich euch ganz unverbindlich zu einem Galeriebesuch einladen. Lange werdet ihr dafür nämlich nicht mehr die Zeit haben. Nein? Gut, dann einen wunderschönen Tag auch. Äh... Soll ich motiviert klingt dir ja nicht... Nein, ich... Ach, es ist doch eigentlich sowieso egal. Mein Gefährte denkt, zusammen durch Ark zu laufen und willkürlich irgendwelche Leute anzusprechen würde irgendetwas ändern. Aber das ist doch einfach idiotisch. Hm... Ihr könnt von dem Betrieb einer Glöhrigen leben. Ach... Hier ist sie. Die Frage, auf die wir alle gewartet haben. Ja, wir können davon leben. Beziehungsweise konnten es. Selbst auf einem starkköpfigen Land wie Enderal gibt es Menschen, die Kunst schätzen und bereit sind für ein gutes Gemälde zu zahlen. Hm? Lange werde ich dafür nicht mehr haben. Was meint ihr damit? Äh, schließt ihr? Wenn uns die goldene Sichel die nächsten Tage nicht zufällig ein Fass Groschen vor die Türen stellt, dann ja, höchstwahrscheinlich. Wisst ihr es? Ach, seien wir doch mal ehrlich. Enderal ist ein Loch, wenn es um Kunst und Kultur geht. Auf Kile reißen sich die Reichen gegenseitig die Gemälde aus der Hand. Hier hat man Glück, wenn man davon seit täglich Brot verdienen kann. Tja, und seit meine Mutter sich entschlossen hat, ihren Briefboten durch eine Prise Luft zu ersetzen, ist unsere einzige halbwegs stetige Einnahmequelle auch versiegt. Ach, eure Mutters Malerin? Oh ja, und was für eine, das muss man ihr bei all ihrer... Besonderheit lassen. Sie hat erhabene aus dem Arca-Oberviertel porträtiert. Und das auf eine Art und Weise, die ich nie verstehen werde. Äh, wie meint ihr das? Was an den Bildern ist so besonders? Hm. Das ist schwer zu beschreiben. Sie hatten einfach etwas unglaublich... Intensives an sich. Das trifft's vermutlich am besten. Deshalb wollte sich auch irgendwann jeder Adlige, der halbwegs was auf sich hielt, ein Bildnis von ihr malen lassen. Und war auch bereit, eine Menge dafür hinzublättern. Was natürlich gut für uns war. Okay. Ihr meint, ihr habt den Kontakt zu eurer Mutter verloren? Wie meint ihr das? Naja, so wie ich es eben sagte. Seit einem Monat hört man nichts mehr von ihr. Und Gemälde schickt sie uns auch nicht mehr. Und falls ihr euch fragt, warum wir sie nicht einfach besuchen... Meine Mutter war schon immer etwas... seltsam. Was sich auch in ihrem Wohnort widerspiegelt. Sie lebt im Düstertal. Äh, wisst ihr, ich komme viel herum. Vielleicht werd ich bei eurer Mutter mal nach dem Recken sehen. Das würdet ihr tun? Ich, ähm... Ja, das wäre natürlich großartig. Aber ich warne euch gleich vor. Ich kann euch keinen Sold oder etwas bezahlen. Äh, vielleicht kann eure Mutter ja ein paar Groschen locker machen. Schon in Ordnung, wie gesagt, ich komme viel herum. Äh, wir spielen das Arschloch. Hm, ja, vielleicht kann sie das. Einen Versuch ist es wert. Meine Mutter und ich haben nicht das beste Verhältnis, aber trotzdem... Ich habe ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ihr habt eine Karte bei euch, ja? Zeigt mal her. So, da in etwa dürfte die Hütte sein. Glaube ich zumindest. Ich bin keine Kartografin. Also dann... Viel Erfolg und... Bleibt am Leben. Und... Danke. Äh... Na, ok. Stufe 3? 3 Sterne? Ne, äh... Da trau ich mich noch nicht zu. Dann... Äh... Wellenzähmen. Äh... 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 Da sind auch 2 Sternchen. Da sind 3 Sternchen. Ein Stern. Schaut, das Heimglück allein möchte ich immer noch machen. Aber... Warte mal, ich muss eben diese Markierung hier einfach mal wegmachen. Dann... Eigenes Ziel. Ähm... Marker entfernen. Aber ich habe hier jetzt auch keine Quest. Dann... Keine Quest, Marker. Das Lager auf der Insel am Arker See suchen. Hm... Ich lasse einen Aushang am Arker. Lass uns leben. Ich, Teldor, suche nach einer Lang... Einsamkeit, einer der Samste, nach dem die schnellen Abenteuer nicht abgeneigt bist. Schlecht mich auf der Insel vor Arker. Dort findest du einen Lager. Lies die Nachricht und gib dich mir erkennen. Machen wir das mal. Ich will mal wissen, was das für... Was wir hier uns antun werden. Ich habe Angst davor, von dieser Quest. Da habe ich schon ein bisschen Angst. Ah, hier. Noch eine Myrade. Das ist so... Hm? Meine Damen. Ich glaube, ich muss hier runter. Kann das sein? Oder warte? Ach nee, auf die Seite. Okay. Erstmal über die Brücke. Jetzt will ich aber wissen, was das ist, was... Was wir uns da antun wollen. Einen Obonus. Der Herr wird es euch vergüten. Aber wie viele Bettler es hier gibt. Hm? So. Okay, wir müssen da rüber. Einen Groschen mit dem... Bitte mal. Ich... Ich habe keinen Groschen. Hm? Aber dieses Schwein finde ich überall. Find ich irgendwie süß. Ahoi. Ahoi. Ich dachte schon, da kommen jetzt Banditen auch nicht zu. Ah, da vorne muss ich hin. Erstmal durchs Wasser. So. Da haben wir einen Brief. Truhe durchsuchen. Was gibt es denn da drin? Äh, Werkzeugkasten. So, lesen wir. Idiot. Und das Lager auf dem Insel. Okay. Aufsehen. Ähm. Okay, warte mal dann. Das. 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 아�c. Was ich jetzt schon mal ges boundary ist. Wah? Ich habe ich jetzt gedacht... Ich habe jetzt gedacht, dass das vor mir jetzt unangenehme Szenen... Auch. Out! Alter, nein! Ähh. alter hat ich hier noch was lebensfluss 30 hilfreich dass sie im festigen 180 prozent für 600 sekunden den kampf werde ich nicht überstehen ich komme hier auch nicht mehr hoch nein nein ja 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 es gibt ein gebiet für 15 gefestigt für 120 mehr gar nichts so karotte käser ab dieses stück genau So, vielleicht nochmal kurz schnell speichern. Nenn mich nicht so, Autsch, Alter, ich steck fest. Krabbe greift an, okay, super, rechst krabbe. Außer die Krabbe muss mir jetzt auch noch auf den Sack gehen. Wie soll man diesen, Kämpfe hier sind aber auch echt heftig. Ich hoffe, die finden hier jetzt keinen Weg rüber. Aber die Dreckskrabbe. Wir glauben, die kümmern wir uns ein andermal. Ah, Leben ist wieder voll, okay. Dann können wir doch. Dann holen wir uns die. Ne, ich sprinte nicht. Lass mir raten, das ist die Krabbe. Alter Eisenpfeil, okay. Au. Ich find's heftig, wie lange man hier so, äh, außer Gefecht ist. Ja, den haben wir. Äh, was hat er? Ja, Eisenhandschuhe, Lederstiefel, nehmen wir mal mit, die Karotte. Äh, löse ich dann das mal aus. So, warte mal, jetzt erstmal kurz gucken. Der gibt nur vier Schaden. Der gibt fünf Schaden. Dann rüsten wir lieber das aus. Also. Eisenhansch. Ah, Stahlhansch, okay. Eisenhansch. Wieso hatte ich die nicht an? Da ist der. Schlampe, Elende. Das schmisch zu bereuen. Ich glaube, das werde ich wirklich bereuen. Den kann werde ich wirklich bereuen. Wie viel Leben habe ich überhaupt gerade? 12 von 126. Kurz abwarten, bis er mich aus dem Visier hat. So müssen wir eigentlich wieder aufladen in unserem Leben. Ja. So, Leben ist wieder voll. Holen wir uns den Typen. Das wirst du bereuen. Okay, viel Leben hier aber auch nicht mehr. Echt jetzt? Es hat nur zwei Schläge gebraucht. So, alter Eisenpfeil, Giedrich, Eisendolch, Eisenhansch, Groschen nehmen wir mit. So, äh. Ich stehe jetzt. Bei Andrasa Stapaglutus nach dem rechten See. Also, die Quest haben wir jetzt erfüllt, oder wie? Die ersten Schritte. Platz nehmen und, äh, ne. Das besondere Abenteuer, das lag auf der Insel im Arka See besucht. Okay. Das haben wir erledigt. Ich hab Lachs gefangen. Ey, ihr wart eine echte Hilfe, weißt du das? So viel zur tollen Stadtwache. Ey, die Rüstung gefällt mir ein bisschen besser. Gibt's hier auch eine daedrische Rüstung? Also, die Wehmer Rüstung kann ich mir vorstellen, weil das sind ja die, äh, diejenigen, die da, äh, da verlorene Völker sein sollen. Wie, wie hießen die hier nochmal? Ich weiß es nicht. So, aber ich schau mal. Quests. Äh, jeder Tag wieder letzte Teil. Erst beim Panten-Nomad. Ne. Äh, Wellenzähmen. In Hexels Haus nach seinem Schlüssel in Nebelheimbergen. Ne, das ist zu schwer. Äh, bei Sildren und Freunden die Besitzer konnte für ein Haus erwerben. Für ein Haus. Ein Händler erzählte mir von einer Magierin. Spuren der Vergangenheit. Die Schraube, Hut und Futsche, A.G., wo man nach Arbeit kam. Ähm, das Warnsortiment von Gülfurt Silberherr nach Gegenständen durchsuchen, die Meogacher Eisenfurter gehören hatten. Teile und Herrscher, den Schlüssel zum Bankkresor der Fuchshans zum Müllberg bringen. Bis nach Mitternacht warten und in voll Gnade. Ne. Der größte Eiersucher. Hatten wir hier nicht eine Quest, äh, zum Thema hier einen Assassinen, der hier rumläuft? Ach komm, wir gehen mal da hin und fragen dann nach Arbeit. Was? Und? Irgendwelche Fortschritte? Äh, noch keine Fortschritte. Tut mir leid. Gerade läuft nicht so wie geplant. Weil alles ihm doch ein bisschen schwerer ist. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich hab schon immer gewusst. Ihr da. Ihr seht doch aus, als könnte... Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt. Für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Ja, die ist super. Wir gönnen uns aber ein paar Brezeln. So, 121. Aber, ach so, ich kann hier sonst nix, äh... Okay, mehr kann ich aber ihr nicht verkaufen. So, wo war nochmal der Marktviertel? Oder hier? Kann man den? Oh, da ist die Quest. Da ist die Quest. Dann gehen wir direkt zur Quest. Ah, er ist es. Oder sie? Ne, er. Buchhalter Tivon. Ihr seid nicht von hier, was? Wer seid ihr? Tivon Sommerfeld. Meines Pfades Buchhalter der Schraubehut und Pfusch AG. Auch wenn ich bezweifle, dass wir beide viel zu besprechen haben. Äh, warum sollten wir nichts zu besprechen haben? Egal. Vielleicht irre ich mich ja. Äh, ich bin eigentlich auf der Suche nach Arbeit. Gibt es irgendwas, wobei ich euch eurer Gilde vielleicht unter die Arme greifen könnte? Arbeit? Nein. Wobei... Vielleicht doch. Ihr kommt viel rum, richtig? Ihr seht jedenfalls so aus. Äh, könnte man so sagen, ja. Na gut, das könnte klappen. Es gibt da etwas, wo jemand mit euren Talenten tatsächlich hilfreich sein könnte. Einen Auftrag, den wir kürzlich erhalten haben. Schießt los. Einer unserer Kunden hat für Nachbauten diverser püräische Artefakte angefragt. Ein exquisiter Wunsch, aber natürlich keiner, dem wir nicht nachkommen könnten. Der Haken bislang ist jedoch, dass wir natürlich Originale benötigen, nach denen wir arbeiten können. Wenn ihr uns diese Originale bringt, und zwar unbeschadet, dann werdet ihr das nicht bereuen. Hier, ich zeichne euch ein paar Ruinen in eurer Karte ein, die es zu durchforsten lohnen könnte. Mh... Könnt ihr mir etwas Mühe beorten, Auftraggeber, erzählen? Weil ich euch das als vollkommen Unbekannten natürlich sagen werde. Na gut, ich werde sehen, was ich tun muss. Gut, kommt wieder, wenn ihr was habt. Äh, vier Sterne? Ich, ich mag die. Die Marita Rotha, ich mag die. Die grinst so... Ich glaube, die hat wirklich einen Sitzen. Und dann noch das mit diesem Brot. So langgezogen. Wenigstens hat sie brezelt. Aber ey, was, was soll ich mit machen? Hier sind alles so, äh... So viele Sterne hier. Jetzt beim Tanz der Nomaden suchen, das sind auch wieder ein Stern. Optional den Wegweiser im Sonnentempel benutzen. Die Myraten für den Flug ins hintere Herdland benutzen. Nach Alt, äh, Rechengraden mit Lachiri treffen. Großloses Feld. So, das ist Null Sterne. Die Kunst des Kampfes. Ein Händler erzählte mir von einer Magierin, die Entropie und Elementarismus zugleich erinnert sind. Ein Händler erzählte mir von einem... Ah, okay. Äh, Händler und Meuchelmörder, der sich aufs Schleichen und Kämpfen verstand. Äh, wenn ich in Andres Wildnis überleben will, muss ich meine Fähigkeiten ausbauen. Vielleicht kann ich in Bibliotheken, Ruinen oder durch Gespräche hilfreich Hinweise erhalten. Ah, okay. Da, ich kann die jetzt nicht, äh, aufsuchen, oder? Der einzige Ort. Das Warnsortiment von Gold für Silber her nach Gegenstand durchsuchen, die mehr oder Eisenfrut gehören könnten. Ich weiß momentan echt nicht, was ich machen soll. Darüber würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und... Tschau! Ich bin mir für die Zeit bereits dazu! ...die meistersi mit dem Natalie Neuropunkern ausmacht! Amen. 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 Amen.